Kannst du die Taschenlampe komplett einschalten, wenn es nicht ich war. Ui, ja, alles klar. Spielst du gerne mit der Taschenlampe? Oh ja, du feierst das, gell? Alles gut, kein Stress, kein Stress. Nee, ich kann Stress, okay, alles klar. Ja, Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video werden wir wieder mal mit Geister kommunizieren. Auf jeden Fall, ich habe hier schon hinter mir mal die Taschenlampe hingelegt. Das sieht man vielleicht schon, vielleicht, keine Ahnung, auf jeden Fall. Und ich habe hier auch das EVP-Gerät, schauen wir mal, was passiert. Schaut auf jeden Fall auf meinem Explore-Effnick-Tik-Tok vorbei, wo ich immer die Geister-Lives mache. Live für euch, ne? Und schaut auf meinem Merch-Shop vorbei, explore-with-nexshop.com Und, ja, let's go. Fangen wir mit dem ganzen Video an, schauen wir mal, was passiert. Und, jo, okay. Das ist eine E-Zigarette, ja? Das, was ich da erfahren habe. Alle in der Kamera, das ist eine E-Zigarette. Okay? Ist nichts Besonderes. Das ist kein Einschalter für die Taschenlampe, nur, dass ihr wisst, ja? Ja, und mit einer Hand halte ich halt das, ne? Was weiß ich. Auf jeden Fall, ja. Wenn irgendwer da ist, kannst du irgendwie bei Möglichkeit die Taschenlampe für mich einschalten. Da ist eine Taschenlampe da vorne, ja. Die kannst du durch Berührung einmachen. Also, wenn du die berührst, dann schaltest du die eigentlich damit ein. Und, ja, es wäre cool, wenn es das machen würde. Ist es jetzt besser? Kannst du es jetzt einschalten für mich? Yes, okay. Ich glaube, es ist besser. Ist es besser? Kannst du es ausschalten für mich, wenn es besser ist? Ist es ausschalten? Gibt es? Nur damit du mir zeigst, dass du wirklich da bist und dass, weil du das kannst. Okay, alles klar, nice night. Jetzt geht's. Okay. So. Das sind sehr viele Leute, die was nicht an das glauben, was du vorhin bist. Können wir denen mal was beweisen? Gibt es? Hast du mal Bock denen was zu beweisen? Brauchst du wie gefühlt, also? Ich sehe, dass du es zum Volk anbringst, aber kannst du es ausschalten für mich? Damit ich weiß, dass du Hilfe wirklich brauchst. Wirklich Hilfe brauchst. Okay. Okay. Bist du eine Frau? Bist du eine Frau oder ein Mann? Frau oder ein Mann? Frau oder ein Mann? Hm. Für Frau ausschalten und für Mann einlassen. Okay. Aber du bist sehr hart, weil die Taschenlampe auszuschalten. Deswegen nehme ich an, dass du der Frau bist. Kann das sein? Frau mit wenig Energie. Okay. Oder? Da geht es bei euch ja wirklich nur. Ja, äh, äh, okay. Alles klar. Bei euch geht es wirklich nur. Meine Energie, da drüben. Findest du nicht das Licht oder so? Kann das sein? Dass du dorthin willst, das Licht? In den Himmel oder wie man das auch immer nennt? Oder? Das war gut. Okay. Alles klar. Okay. Okay. Ich bin mir das aufgestellt. Schau. Oh, okay. Ich weiß gerade gar nicht, ob das ich war. Okay. Kannst du die Taschenlampe komplett einschalten, wenn das nicht ich war. Oh ja, alles klar. Alles klar. Ich probiere dich dort hinzuleiten. Ich kann es dir nicht zu hundert Prozent versprechen, okay? Du spielst gerne mit der Taschenlampe. Oh ja. Du feierst das, gell? Schön. Okay. Okay. Alles gut. Kein Stress. Kein Stress. Kein Stress. Kein Stress. Wie, ich kein Stress, okay? Alles klar. Ist für mich sowas auch nicht leicht, okay? Und das geht jetzt an alle Seelen raus, okay? Die, was da in dem Raum sind. Nicht nur die eine, sondern an alle Seelen da draußen, okay? Nur, dass ich deine Stimme, wenn möglich, wie auch immer, dann quasi mit aufnehme, okay? Wenn du irgendwas sagst, dann wir auch noch auf jeden Fall. Ist einfach nur für nachher, ja? An alle Seelen, die, was im Mai sind, sind wir jetzt gerade, okay? Hört mir alle Bühne zu, okay? Alle zuhören. Bitte befolge meine Sachen, die, was ich sage. Für dich, euch, wie auch immer. Wie viele ihr auch immer seid. Es ist gerade, okay? Ich zeige euch das Licht, okay? Wir schaffen das, okay? Hm. Mach dir keine Sorgen, okay? Alles gut. Du brauchst dir keine Sorgen machen, du brauchst keine Angst haben, du brauchst gar nichts haben, okay? Das ist das ganz Wichtigste, was du jetzt machen musst, ja? Wenn du aus diesem Zimmer, aus diesem Raum gehst, wirst du irgendwo in der Nähe ein Licht anfinden, das vielleicht ganz klein, muss nicht groß sein, ja? Und wenn du das Licht gefunden hast, dann lass die Tasche nochmal eingehen, für mich, dass ich weiß. Hast du es gefunden? Ihr es gefunden? Okay. Ah, ist klar. Dann. Ihr müsst, und das sage ich jetzt zu allen, was da sind, ihr müsst alle jetzt von uns laufen, okay? Es gibt keinen Grund, jetzt hier zu bleiben, okay? Ihr müsst alle laufen, so weit wie möglich, bis zu diesem Licht, alle zu dem gleichen Licht, okay? Alle. Jetzt, okay? Es gibt keinen, der sich aufhaltet, keiner erzählt dir irgendetwas, wenn dir irgendetwas, wenn irgendwer dir irgendetwas erzählt hat, ist es falsch, okay? Es ist egal, was derjenige dir erzählt hat, es ist falsch. Ich verstehe das. Bitte rennt zu dem Licht, und zwar jetzt. Ihr rennt jetzt auf der Stelle, bitte jetzt los, okay? Okay? 1, 1, 1, go. Bitte lauft jetzt los, okay? Lauft jetzt los und schaut, dass ihr so schnell wie möglich zu dem Licht bekommt. Kommt! Schön. Jetzt ist es wichtig, dass du wirklich zum Licht läufst und mir einfach entweder ein Bild oder ein Signal seines, dass du siehst, okay? Du rennst dorthin, okay, alles klar? Ja? Okay, passt. Mhm. Gib mir ein deutliches Zeichen, wenn du wirklich schon in dem Licht drinnen bist und das Licht dich schon in dem gibt, okay? Also bist du schon im Licht drinnen und das Licht umgibt dich gerade. Dann brauchst du einen Flacker-Effekt, richtig, extrem Flacker-Effekt, okay? Also wenn du jetzt in dem Licht angekommen bist, kannst du, also du bist auf jeden Fall außer Weichweite von allem anderen, okay? Wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich. Du bist jetzt nicht nur bei mir, sondern du bist sehr weit weg. Jetzt, geh auf jeden Fall weiter ins Licht rein, okay? Geh weiter ins Licht rein, okay? Weiter ins Licht rein, dort, wo du wirklich ihm gehörst, okay? Siehst du eine Person vor dir? Dir, du, siehst du eine Person vor dir zufrieden? Kann das sein? Ja, und los. Alles klar. Oh, okay. Du siehst auf jeden Fall irgendwen vor dir, okay? Das ist das, wo du hingehörst. Vielleicht siehst du auch andere Leute um dich herum, die was zu stellen. Ja, du bist sehr viel gefragt gewesen. 100%-Frag. Auf jeden Fall. Jetzt siehst du die ganzen anderen Leute auch noch an dir, ja, unnormalerweise. Vielleicht die, was du kennst, vielleicht kennst du ein paar Leute davon nicht, aber das sind Engel, okay? Das sind Engel, das sind Beschützerpäste. Okay? Ja, und der, was dir gerade die Hand reicht, ist der, was dich da hinbringt, wo du ihn benutzt, okay? Sie ist weg. Schaut aus. Irgendwie schaut's aus, als ist sie wirklich weg, ja? Seht ihr das gerade? Dass sie da schon ein paar Alarmen einfach gar nicht mehr angeht, Alter, gar nichts mehr. Nichts mehr passiert, aber die letzten 15 Minuten, Alter, tic, 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 tic. Ich hoffe, da ist ja alles gut, da oben, ne? Auf jeden Fall. Ich hoffe, dass ich dich da hinbegleitet hab. Das war cool. Das war echt cool. Auf jeden Fall, yo, Leute, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Like und abonniert meinen Kanal. Schaut auf mein TikTok vorbei, schaut auf mein Merch-Up vorbei. Auf jeden Fall. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao. Ciao.